Der nächste Gruppe ist der Lustige Zwerg der Deutschen Nationalitätenkindergarten aus Schäumark. Das Programm ist sieben Stunden, da liegt ein Appel, der König ging, drehe dich Kleines, anklopfe und ich hole mir. Die vorbereitenden Kindergärterinnen sind Frau Törtschi Cecilia Remeni und Frau Silvashi Monika Lieber. Jetzt soll es sich bitte die Deutschen Nationalitätenkindergarten aus Spiris St. Ivan vorbereiten. Spiris St. Ivan 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 Spiris St. Ivan